Schröder fliegt mit OKC früh aus den Playoffs. Für Dennis Schröder ist die NBA-Saison schon vorbei. Mit der vierten Niederlage im fünften Spiel gegen Portland enttäuschen die Oklahoma City-Tunder um den deutschen Basketball-Star erneut in den Playoffs. Das Aus besiegelt ein grandios aufgelegter All-Star. Ein fulminanter Dreier in letzter Sekunde hat die Playoff-Hoffnungen von Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und den Oklahoma City-Tunder in der NBA früh beendet. Mit seinem verwandelten Drei-Punkte-Wurf aus mehr als elf Metern machte Damian Lillard mit der Schlusssirene ein Ausrufezeichen hinter den 115 zu 118 Sieg der Portland-Real-Blazers im entscheidenden fünften Spiel, und verursacht damit das erneut Früh-Playoff-Haus der Ox in der nordamerikanischen Profiliga. Für Schröder verlief seine erste Saison in Oklahoma mit der vierten Niederlage im fünften Playoff-Spiel enttäuschend. Zwar gelang dem Braunschweiger im letzten Spiel 17 Zähler, die Niederlage konnte er aber nicht verhindern. Für den 25-Jährigen beginnt damit nun vorzeitig die Sommerpause. Im September steht für die deutsche Nationalmannschaft dann die Weltmeisterschaft in China an. Ich habe das letzte Wort gehabt. Das bittere Aus für Schröder und Co., besiegelte der 28 Jahre alte Lillard mit einem gala Auftritt fast im Alleingang. Es fühlte sich gut an, als der Ball meine Hand verließ, beschrieb Lillard seinen spielentscheidenden Wurf zum Viertelfinal-Einzug. Danach machte er eine Giste in Richtung der Thundersatzbank, und erklärte sie so. Ich habe das letzte Wort gehabt. Der vierfache NBL-Star schaffte eine persönliche Playoff-Bestmarke von 50 Punkten, 34 davon alleine in der ersten Halbzeit. Zudem verwandelte er 10 3er, was zugleich ein Teamrekord war. Damins Leistung war die beste Leistung, die ich jemals hautnah miterlebt habe, sagte Portland-Striena Terry Stotz. Wie er das Team getragen hat, und die Bedeutung des letzten Wurfs. Es war eine herausragende Performance. Dabei deutete zu Beginn des vierten Spielabschnitts viel auf einen Sieg der Thunders hin. Schröder konnte knapp acht Minuten vor dem Ende die Führung seines Teams mit einem verwandelten 3er auf 15 Punkte ausbauen. Danach folgte allerdings das Comeback der Drehelplatzers. Westbrook mit Playoff-Triple-Double